Hallo Leute, wir sind mitten im Training und ich brauche die wieder stark. Ich bin am wachsen und am wachsen natürlich immer. Die Uhr am Start, habe Krafttraining eingestellt, trainiere seit 37 Minuten. 230 Kalorien sind verbrannt. Ich bin gerade beim, müssen wir erstmal aufpustern, damit das geil wirkt. Ich bin beim 505 Training, gerade Schrägbank Einzelhandel. Wir sind jetzt hier bei 44 Kilo. Fünfmal drücken, papp-papp, ablegen und dann wieder drei Minuten Pause und immer so weiter. Die Sache ist auch, ich bin jetzt bei 265 Kalorien und das Ding ist, in meiner Ersatzpause laufe ich immer hier komplett einmal durchs Gym. Rico hat mich auf die Idee gebracht, Schritte sammeln, das bringt so viel, Leute. So Leute, wieder zu Hause. Heute war Bürotraining, heute ist nicht viel passiert und ich bin hier wieder mit meiner dicken Biene. Hallo? Hallo? Guck mal hier, das sieht ja mal gar nicht. Pass auf, so. Zeig. Hey! Bip, 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 bip. Und das ist immer das Beste, wenn man nach Hause kommt. Tschüss, guck mal, wie hier rumheilbar ist. Tschüss. Tschüss. Tschüss, jeder. Wie oft wollt ihr noch Tschüss sagen? Tschüss, jeder. Und ja, das ist immer das Beste, man kommt nach Hause und die Kinder sind da und alles ist vergessen. Ja, in diesem Sinne, das ist alles heute, heute ist nur Chillerei, Leute. Wenn es nachher noch was gibt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020